Verdammt nochmal, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Sie doch nie eingestellt. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Das hier ist ein Blumenladen. Sie haben sich für einen Job im Blumenladen beworben. Warum haben Sie denn beim Einstellungsgespräch nicht gesagt, dass Sie eine Pollenallergie haben? Da wusste ich es ja noch nicht.